Hallo, heute zünden wir an unserem Adventskranz die vierte Kerze an und von unserem Adventslied singen wir die vierte Strophe. Wir sagen euch an, den lieben Advent, seht, die vierte Kerze brennt. Gott selber wird kommen, er zögert nicht. Auf, auf, ihr Herzen, und werdet Licht. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Die vierte Kerze verweist auf die Zahl vier. Die Zahl vier ist eine Zahl der Vollkommenheit, die vier Himmelsrichtungen, die vier Jahreszeiten. Oder es ist auch die Zahl der Harmonie, die an Weihnachten der ganzen Welt geschenkt werden soll. Wenn wir dieses Lied singen, dann denken wir auch schon daran, dass wir als Zeichen der Harmonie in der Begegnung mit unseren Mitmenschen ihnen an Weihnachten und in dieser Adventszeit Geschenke machen wollen. Materielle Geschenke sind da ein Symbol dafür, dass wir selbst in der Begegnung den anderen Menschen sagen wollen, du bist mir etwas wert, du bist mir wichtig, du bist bedeutend für meinen Alltag und für mein Leben. Und so ist die vierte Kerze ein Symbol dieser Gabe, des Geschenks, der Begegnung. Und damit werden wir schon verwiesen eben, dass an Weihnachten Gott selbst uns begegnen will und uns Wärme und Licht schenken möchte. Wenn wir so einander begegnen in dieser Zeit des Advent und an Weihnachten, einander Raum geben, einander wertschätzen und einander beschenken, dann dürfen wir auch und können wir auch miteinander singen. Freut euch, freut euch sehr.